Wie er eben die Mannschaft besser macht, Wohlrat für drei und Bayern spielt schnell, Lisi Bunga. Das darf nicht passieren, überragend von den Bayern gespielt. Boacic ins Gesicht von Winsch. Rubin ist zugemacht von Boacic, obwohl das Missmatch prinzipiell dort liegen würde. Es kommt der Wurf von Nick Wylerbeck und der tut den Bayern extrem gut in dieser starken Bamberger Phase. Winston, oh, Freddy Gillespie. Miller, vielleicht mal wieder ein bisschen Patrick Miller, allein gegen alle. Das ist so ein Bulldozer. Wenn sie das konstant von ihm in der BBL bekommen und wenn er auch so lange auf dem Feld sein darf, wie heute. Winston wieder im Glocken und abräumt Gillespie. Cassius Winston mit dem Floater. Jetzt haben wir dieses Bonus-Kick'n'Roll vor diesem Korb von Winston. Klares Foul auch dazu. 9 zu 2 bis. Das Ganze ein bisschen kontrollierter sehen. Ein bisschen ruhiger. Cassius Winston. Er ist so gut da drin. Armin hechtet zu Patrick Miller, um ihm zu zeigen, komm, du musst dich da wieder auf den Würfel setzen. Du musst sofort wieder rauf. Nick Wylerbeck, Nick Wylerbeck für drei. Ja, Ramos. Boacic verteidigt das erst noch gut, aber der Tipp passt. Ja, Reeves wird attackiert. Reeves ist eine Schwachstelle defensiv bei Bamberg. Da wird Simmons abgeschüttelt. Miller. Patrick Miller, der zählt. 2-1, Herr Miller. Bonus-Kleiber für Patrick Miller. Da kommt Boacic. Da hat er sich mal gelöst von Walden. Das sind die Punkte. Offensiv-Rebound-Rubitz. Vielleicht der Entscheidende heute in diesem Spiel. August-Team, Rupert Lidl, den rein! Und zwar für möglichst viele Punkte. Miller in die Zone. Patrick Miller. Winston kommt vor Bayern. Miller, der da fasst den Schiedsrichter über den Haufen rennt. Und die Bayern spielen es aus. Und der FC Bayern Basketball hat lange dran meißeln müssen an diesem Auswärtssieg. Aber er wird ihm gelingen. Und haben hier am Ende Alex Kühlkopf bewahrt. Was nicht leicht war. Tolle Atmosphäre. Tolles Spiel. Parnberg mit einer guten Leistung. Die Bayern bis auf diese eine Phase im Vierten, wo sie sechs Minuten lang nur zwei Punkte machen. Immer ruhig geblieben. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.